Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir ein paar charmante Fräulein bei uns im Studio. Sie zeigen uns die neue Avela Strumpfhose-Kollektion, die jetzt exklusiv bei Coop erhältlich ist. Eine topmodische und hochfeine Strumpfhose aus einem seittig-weichen Countries-Garn, das ist die Avela Charme. Sie hat einen V-Slip mit Baumwollspickel, der zum Tragen besonders angenehm ist. Und hier haben wir die Avela Madame. Das ist eine Strumpfhose mit einem breiten Spickel, der auch beim Sitzen wirklich gut sitzt. Zudem hat sie verstärkte Fersen und Spitzen. Die Avela Ideal hat einen Slip ohne Naht und ist darum speziell gut unter den Hosen zu tragen. Und hier haben wir noch die Avela Bellform. Diese Strumpfhose ist für Frauen, die viel auf den Beinen sind. Und das macht Coop zu ihrer Information. Auf allen Avela Strumpfhosenpackungen ist diese Masstabelle, wo Sie sofort Ihre passende Größe ablesen können. Sie sehen, bei Coop sind Sie gut informiert und Coop hat für jeden Wunsch die richtige Strumpfhose. Und jetzt erst noch zu speziell günstigen Preisen. Ich habe Ihnen jetzt noch einen Fitness-Tipp. Nämlich diesen tun Sie doch viel Orangen essen. Sie wissen ja, die Orangen haben einen Haufen Vitamin C. Die Orangen haben aber nicht nur viel Vitamin C. Zusätzlich hat die Orangen nämlich unter anderem 13 Mineralstoffe wie Phosphor für die Nerven und Eisen für die Blutbildung und im Ganzen 14 Vitamine. Da in diesen sonnigen Orangengärten werden sorgfältig abgelesen. Alle Orangen werden für Coop streng kontrolliert und verlesen. Und nur die besten Jaffa-Shamutti-Orangen gehen auf die Reise in die Schweiz zu den Coop-Läden. Und dieses Wochenende profitieren Sie bei Coop von einem besonders günstigen Orangen-Angebot. Jaffa-Shamutti-Orangen in diesen praktischen Tragtaschen zum Coop-Hitpreis. Aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. So, wir bedanken fürs Zuschauen und gerne ins Coop-Senden für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Coop folgende Hit-Angebote. 2 x 250 Gramm Margarina Planta Duo für nur 2,85 €. Ein Johnsons Baby Shampoo für 2,55 €. Und ein Timotei Shampoo für nur 3,85 €. 10 mittlere ausländische Frischeier gibt es beim Coop für nur 1,70 €. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Tiroler Cake für nur 2,65 €. 500 Gramm Exelento Bohnenkaffee für nur 5,50 €. Und 250 Gramm nur 3,50 €. Und Jaffa-Shamutti-Orangen in der praktischen Tragtasche das Kilo nur 1,25 €. Und hier kommt der aktuelle Preisschlager. Ein Lederfussball für nur 12 €. Und ein Plastikfussball für nur 3,50 €. Können Sie sich auch schauen. Wir würden uns freuen. Auf Wiedersehen. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. , bis zum nächsten mal. Dit wird es dann. niin, Ttsj. Untertitelung des ZDF, 2020